Hey Freunde, kommen wir zum Seasonwoche 0 Auftrag, interagiere im Verlauf eines Matches mit Sonnenvogel oder Mondfalke und Viehdieben. In meinem Fall fangen wir hier bei Shift die Chefs an, dort finden wir nämlich die Viehdieben. Dort begeben wir uns kurz einmal hin. Sobald wir dann hier sind, sehen wir auf der Minimap auch schon die drei Punkte. Dann laufen wir dort hin. Hier sehen wir die Gute dann auch schon. Gehen wir kurz ran, interagieren mit Viereck. Wie ihr seht, haben wir damit eins von zwei. Als nächstes müssen wir hier rechts oberhalb von Daily Bugle zu den Pyramiden. So, wie ihr hier seht, haben wir hier auch Mondfalke bzw. Sonnenvogel. Das ist nämlich eine und dieselbe Person. So, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!